Aus schweizerischer Sicht hat Rocco dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight vorgestellt und präsentiert. Ja, richtig. Und zwar, es handelt sich um die Schweizer Schneefräse X-Trom, entwickelt von der Firma Beilhack für die schweizerischen Bundesbahnen. Unser Digital-Highlight von heuer ist ja schon einmal vorgestellt worden auf der Nürnberger Messe und heuer setzen wir es um mit vielen digitalen Features. Der Aufbau wird sich drehbar gestalten, die Schleuderräder werden sich digital schalten lassen, sowie der Fräskopf in der Höhe auf- und abbewegen. Digitale Licht- und Soundfunktionen ergänzen den Gesamteindruck. Und wann kann man mit dem Modell rechnen? Das Modell wird entsprechend der Jahreszeit im späten Sommer ausgeliefert werden, so dass sie auf der Anlage den ersten Schnee im Herbst wegräumen können.